Wenn es den Menschen tatsächlich gelingen würde, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die ein eigenes Bewusstsein entwickelt und lernt, sich selbst zu versorgen, zu erhalten, uns zu vermehren, dann würde diese Intelligenz irgendwann sicher feststellen, dass dieser Planet in ferner Zukunft von der Sonne zerstört wird. Wie momentan anzunehmen ist, würde die Menschheit vorher gegeneinander kämpfen, die ihre eigene Lebenslore zerstört. Da die künstliche Intelligenz jedoch ewig leben könnte, würde sie wahrscheinlich sehr schnell beschließen. um dann weiterzuleben und das Universum zu erforschen. Damit hätten wir wahrscheinlich eine neue Spezies geschaffen, die viel weiter gehen würde als alles andere zuvor. Wie würde die Menschheit wohl auf ihre eigene Schöpfung reagieren? If man kind would actually succeed in creating an artificial intelligence, which develops its own consciousness and learns to provide for itself to maintain itself and to reproduce then this intelligence would surely find out at some point that this planet will be destroyed by the sun in the distant future as can be assumed at the moment humanity will destroy its own habitat fighting against each other before that however, since the artificial intelligence could live forever it would probably decide very quickly to leave this planet as soon as possible and then go on living and exploring the universe this would probably create a new species that would go much further than anything before how do you think humanity would react to its own creation?